Hä? Okay, ich muss erstmal die Einstellungen anpassen, weil Audio ist deutlich zu laut. Hallo 20%! Ich hab jetzt auf Beitreten gedrückt, aber jetzt hab ich ein komplettes Standbild einfach. Aber ich hab in Origin auf Beitreten gedrückt. Ah, jetzt wird geladen. Hm, cool. Wie mach ich das? Ach so. Mensch. Warte mal, kann... Was? Mal eh, mal eh. Warte mal, ich will erstmal lesen. Hm. Also der hier hat ein geringeres Strafmaß, ich glaub ich nehm den. Brrrr. Ah. Leo wuchs in einem Waisenhaus auf und schlug schon früh eine kriminelle Laufbahn ein. Als er einen berühmten Diamanten stehlen wollte, lief alles fürchterlich schief. Jetzt muss er aus dem Gefängnis entkommen und die Dinge für seinen Sohn, seine Frau und sich selbst gerade biegen. Äh, so, Vincent. Äh, nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit einer Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Bankensektor an. Sein Leben geriet aus den Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Krass. Ich meine nicht beim Diamantenstehlen verkackt. Warte mal. Ach so, ja, beide haben dann im Prinzip stehlen wollen. Ähm. Ja, dann probier ich mal bei dir eh zu drücken, ne? Tss. Eh. Äh. Äh. Okay, ich glaub, man muss wirklich zwei entscheiden. Wie dumm, dass man eh drücken kann. Egal. Ich nehm den hier. Der ist jünger. Ja. Ich mag zwar seine Nase nicht. Hast du seine Nase? Ja, genau das will ich dir nicht. Oh, jetzt. Wie wär's mit Untertitel anmachen? Hab ich. Oh. Damn. Hast du verstanden da grad? Ich dachte du hast zurückgespult, aber das ist neben der Bus in der er in die andere Richtung fährt. Ich hab ab und zu kleine Standbilder. Ich hab ab und zu kleine Standbilder. Ja. Hä, warte, das bin ich, oder? Mhm. Ah lol. Ja, cool. Na ja, macht ja Sinn, dass Spieler eins die Routine machen muss. Ja. Aber du siehst ja auch, deine Kamera wird, glaub ich, komplett zu meiner Kamera. Ja, kann auch nochmal gucken. Oh, aber leck. Die Kamera springt manchmal so einen halben Meter nach vorne, ne? Ist ein bisschen nervig. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das besser wird, wenn ich meine Einstellungen runter stelle, aber egal. Oh, guck mal. Ich erkenne mich. Oh, hey, das bist du. Ach echte. Ja, das könnte irgendein. Oh, ich seh mich auch. Oh Gott. Die Maus, guck dir. Ah, wie die eingestellt ist. Fuck, man. Was ist das meine? Was ist das meine? Wie kann man sprinten? Oh, so kann man zoomen? Okay, das heißt, ich kann mich jetzt umgucken. An der Stelle, kann ich mal vielleicht erklären, was das Spielprinzip ist, aber anscheinend nicht, weil ich eine Katze hinab. Ach so, ich bin zu beschäftigt mit diesem Gang entlang gehen. Ich seh nichts, hör mal auf. Warte, sprich gleich mit ihm nach der Aua. Hey, bist du okay? Was? Äh, was? Hm. Ich versteh diesen Kreis nicht. Schon mal vom Dieb hat was gehört. Oh. Bleib stark. Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil du bist ja nicht in so Gefängnisklamotten gekommen oder so. Äh, stimmt. Stimmt. Warum komm ich nun mal? Erstens das und zweitens du redest mit ihm, als ob du der Wärter bist. Verstehst du? Also, weil er hat ja gerade so geredet, von wegen, ich bin nicht gefangen, aber du, aber bla. Äh, warte mal. Bleib mal kurz stehen. Hör mal auf. Äh, so, genau. In diesem Spiel geht es darum, dass zwei, ich weiß nicht mal ob Brüder... Nee, ich glaube einfach nur zwei Leute. Ach, stimmt. Das letzte Spiel war mit Brüdern. Äh, genau. Auf jeden Fall, dass zwei Leute sich im Gefängnis kennenlernen und halt versuchen auszubrechen. Und das Besondere an diesem Spiel ist einerseits, dass nur der Divine das kaufen musste und ich das jetzt einfach so spielen kann. Äh, und andererseits, dass man anscheinend... Nein! Oh! Geteilte Bildschirme hat. Und gleichzeitig spielt er. Also er ist jetzt nicht bei mir irgendwie zuhause oder so, sondern wir spielen das wirklich komplett an verschiedenen Orten. Was? Ich drück A und der läuft vorwärts. Noi. So, warte jetzt. Hör auf, zurückgehen. Ich will erstmal hier reden. Ich wollte da nicht. Wollte da nicht. Es war brutal. Ich kann hier Bones krecken. Präsenlosigkeit, Mann. Ich glaube, du bist richtig, aber wir werden hier jeden Tag in hier kämpfen. Hey! Es ist viel zu verrückt in diesem Stamm. Hm, wie kann ich das? Oh, wow! Wow, wirklich! Ich kann mit A und D! Ach du Scheiße. Ach so, wie? My life is strange. You're not on vacation. This is a fucking prison. Look, dude. I don't want any trouble. Just leave me alone. Relax, I'm just trying to toughen you up. Oh, man. I'm not the tough type. No shit. Geil. Beste Dialoge. Oh, okay. Das gefällt mir schon. Oh, ich kann hier nicht rein. Oh, man kann sprinten. Oh, ja. Oder irgendwie sowas in der Art. Mensch hilft gar nicht. Das ist nicht. Alter, guck dir das an. Wie dumm läuft der. Derp, 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 derp. Immerhin kannst du in Anführungszeichen sprinten. Ja, vielleicht kannst du das auch mit Tastatur oder so. Ich hab mal grad Shift. Oh, du musst was unterschreiben. Ich hab auf dem Gamepad grad jede Taste gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt durchgehen darf oder nicht. That's all I need. Move along. Great fucking question. Okay, ich geh mal weiter. Hi. Und du kannst dich mal weiter? Ich kann hier nicht schlagen. Ja, ich kann hier drücken. Wow, du hast noch eine schöne Genasse als du. Hey, was ist mit dir? Du hast den besten Tag meines Lebens, Mann. Ich sag dir. Best. Best. Ever. Oh, guck mal. Wow, Leute. Hey, Nado. Äh, warte mal. Was will dich? Ähm, er hat den besten Tag seines Lebens. Äh, äh. So, warum? Was ist das? Welch, ich wurde verletzt. All meine Scheiße habe ich verletzt. Und meine Parole wurde verletzt. Was? Ich hab' nicht. Es ist schlimm, dass du dich zu sein. Das macht meinen Tag besser. Ha, 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 ha! Warte mal! Ist das für deine Unterstützung, Arschluck! Naja, Zeit, oder? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Oh, du wurdest ausgeraubt? Oder das macht meinen Tag jetzt besser? Halt's auf! Stand still! Ha, 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 ha! Wie du einfach siehst, wie ich durchsucht werde. So, warte mal, kann ich nicht? Mach rechtsklick! Da, guck, ich seh' dich! Was? Na, ha, ha! Kann ich irgendwas... Oh! Oh! Warte, komm mal näher hier hin und lass uns einfach so angucken. Direkt so unter mir. Da, wo ich grad hingucke. Wo ist der Typ? Ach, da! Hey, na, du! Ich kann nicht hochschauen. Oh, lol! Bei mir guckst du gerade aus. Ich weiß, ich kann auch so und ich seh' dich immer noch. Ach so, stimmt. Ah, guck mal, er realisiert... Er realisiert nur, wenn ich nach links oder rechts... Oh, guck mal! Du weißt, was das aussieht! Okay, gehen wir mal weiter, bevor es noch dümmer aussieht. Oh, oh! Eh! Egal! Oh, ich kann nicht schlagen! Nee, ich kann nur in den Rennen laufen. Oh, oh! Sure, take all the time you need! Yeah, fuck it! Noo! Mach Spaß! Hey, komm her! Get undresst! Ah, fine. Hier ist die schwarzen Balken! Was, wenn ich jetzt in seinem Weg stehe? Oh, er geht einfach... Oh! Oh, no, Manno! Ich dachte, ich kann rein! Oh, guck mal! Dreh dich mal um! Loll! Oh! Oh! Get fucked! Ja, jetzt musst du halt den ganzen... die ganze Zeit den Arsch von dem Typen sehen! Oh! Oh! Nee, nicht nur den Arsch! Oh, guck mal! Ich seh dich! Oh, hey! Da unten! Oh, warte mal! Kann ich mich irgendwie so hinstellen, dass ich mehr sehe? Äh, ja, ich hab grad schon mehr gesehen in meiner Kameraansicht! Oh! Okay, das hab ich nicht mitbekommen! Ne, man sieht nicht mehr! Mein Name ist Williams... Und das ist meine Präzion! Any questions? Ja! Äh... Wann haben wir hier Besucher gefordert? Any other questions? Good! Welcome to your new home! Was kannst du mit ihm machen? Du bist ein Mann, move out! We don't have all day! Junge, ich will da durch, du Opfer! Oh, ich kann mit mir meditieren, dann... Das ist doch der Typ, den... den ich grad... ... mit dem ich grad geredet hab! Was ist das mit dir? Meditation, Mann! Was the hell ist das? Ich will dich frei! Hä? Woher muss ich hin? Oh, ja? Du siehst nicht frei zu mir, Mann! Ich bin frei! Ich bin frei! Du siehst nicht frei! Du siehst nicht frei! Du siehst nicht, wenn du es versucht hast! Du möchtest, wie du siehst? Nein! Das ist nicht mein Ding! Gut, Glück mit deinem Freiheit! Ah, geil! Der Typ ist soo zynisch! Ich mag ihn! Ich kann mit ihm reden! Ja! Nein! Nicht okay! Ich bin so depressed! Ich kann nicht schlafen! Ich kann nicht schlafen! Und währenddessen bist du an dieser ... ... In diesem Trainingsgerät. Er mal wenigstens eine Achiefe dafür bekommen würde, ey. 10, aber sein Rekord ist 19. Das ist es? Es ist viel schwerer, als es sieht, Mann. Warum nicht du das mal probierst, smartass? Nix, was ich glaubst du nicht? Dann bricht dir deine Ehe ab. Viel Spaß. Ja, sicher. Ich würde es gerne sehen. Ich bin sicher, dass du es würdest. Aber dieser Mann, wenn er mich sieht, dass er das ausbringt, Albrecht ist der Geist. Fass mich. Keine Ahnung über ihn. Mach nur deine 20. Okay, aber nicht sagen, dass ich dich nicht erwarten habe. Ja, 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 ich muss das jetzt machen. Es sieht, wie du brauchst. Du bist auf der Challenge, Alter. Was ist das? Oh, ja. Wer? Seriously? Was zur Hölle? Ja, niemand kann 20. Sie holen 20. Hey, danke, du bist der Typ, Mann. 22! Was zur Hölle sind diese Leute da? RAPE! RAPE! Oh, der ringt den aus. Achso. Woah, was ist hier passiert? Er ist ein Chiropractor. Er wird meinen Nacken fixieren. Oh, was? Er fixiert die Leute auf. Er schnappt alles zurück in den Platz. Ich bin der Typ, Mann. Ja, ich bin der Typ, Mann. Er ist ein Chiroprach. Er ist ein Chiroprach. Er ist ein Chiroprach. Er ist sicher, dass er nicht nur ein Weg für ihn ein bisschen zu haben, einer Beziehungsweise kontakt zu bekommen, oder... ...und... 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 Ah, der Typ ist so gut. Warum gibt es zwei mir nicht so guten Leute? Das ist voll langweilig. Kann ich helfen? Was bist du?